Freunde, wir sind hier im Glashaus, Alt Treptow, wunderschöne Location, hier ziehen wir uns rein, Operation Overlord. Ich fand es so cool, als ich hier reinkam, wie nennt man das Haunted House, so ein Halloween, oh mein Gott, ich finde es richtig cool. Sehr cool gemacht, auch so ein kleines Horror-Event noch vorher, wo man so durch so nen Gang geht und irgendwelche Zombies hier rumlaufen, das ist schon sehr cool gemacht, hat mir ganz sehr gut gefallen. Flair ist hier, Jalil ist hier, Yoshimitsu ist hier, Sinanji ist hier, Kina Ramanan ist hier, bis Tony Amari ist da! Was macht ihr mit den Leuten in dieser Kirche? Die Location hat gut zu dem Film gepasst auf jeden Fall, eins zu eins. Ich fand es super, wirklich. Die experimentieren mit Menschen. Der Film ist schon krass, aber geil krass. Ein tausendjähriges Reich verlangt nach tausendjährigen Soldaten. J.J. Abrams, man, was soll ich noch sagen? Gute Schauspieler, das Thema ist geil. Ich wünsche mir einfach nur, dass die Leute in den Kino gehen und sich den Streifen auf Lunge ziehen. Heilige Scheiße. Der Horror-Effekt war auch sehr geil gemacht, war sehr spannend, mich sehr gefreut den Film zu sehen heute. Wie fühlst du dich? Ich fühl mich sehr gut. Es war einfach der Wahnsinn, deswegen kann ich es echt empfehlen. Gaaaaaaaahhh! Gitta! 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 Vielen Dank.